Hallo liebe Fußballfreunde, ja ich weiß, ich bin ein bisschen wild aus, aber das spielt keine Rolle. Es geht um YouTube und meine Meinung und Kanalname Adresimo, meine Meinung 96.400 Abonnenten. Kanal gegründet, 30t Viertel 2020. Wow, ich bin überrascht, was du sehr gut gemacht hast. 2020, überlegt mal, so weit von euch, wenn es über 1000 ist, 96.400 Abonnenten. Wahnsinn, das ist gut. Weiter so, Wille und Leidenschaft von sowas. Du kriegst über Millionen hin von Abonnenten. Hast du Bock gegen Paluten und Luca reinkommen, das irgendwo Millionen hat oder noch mehr? Paluten hat 4 Millionen, Luca weiß ich nicht, wie viel, aber jedenfalls viel. Hinterfalls weiter so, weiter kämpfen, dass Luca ohne Paluten runter vom Kron herunterschmeißen. Ich will auch nicht schlecht reden, das würde ich nicht. Aber, das kommt mit aber, ja ich weiß. Das ist immer ein Zielpunkt für mich. Eine kleine Spende von mir, von meinem Kanal. Mein Kanal heißt Fußballfreunde. Anfang von Reihenfolge kann ich dir sagen. Ich heiße Leon Schmidt. Du hast zwei Eingetippten und zwei Tee. Mein Video oder Kanal selbst von Fußballfreunden reinklicken. Und meinen Kanal abonnieren. Glocke und Daumen oben machen. Und ich bin froh, du mich abonnierst. Und ich von dir. Und du kannst genau weitersagen. Von deinen Freunden. Deiner Gewandschaft. Ja, viel Spaß von diesem Video.